Nachhaltigkeitsziel 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz Unser Klima verändert sich. Das spüren und sehen wir. Der Klimawandel bringt natürliche Ökosysteme aus dem Gleichgewicht und zieht damit verheerende Folgen für unsere Umwelt mit sich. Viele dieser Folgen sind bereits heute sichtbar. Extreme Wetterereignisse, Überschwemmungen und Hitzewellen nehmen zu. Der Meeresspiegel steigt. Die Erdatmosphäre wird immer wärmer. Das liegt daran, dass die Menschen immer mehr Treibhausgase, insbesondere CO2, produzieren. Treibhausgase entstehen vor allem dort, wo Kohle, Erdgas oder Erdöl zur Erzeugung von Energie verbrannt wird. Zum Beispiel zum Heizen, für das Auto, aber auch für die Herstellung all der Produkte, die wir im täglichen Leben brauchen. Fakt ist, der Klimawandel kann nicht rückgängig gemacht werden. Allein die Menge der bereits ausgestoßenen Treibhausgase sorgt für eine weitere Erwärmung des globalen Klimas. Es ist jedoch noch möglich, den Klimawandel zu verlangsamen und damit seine Auswirkungen für Mensch und Umwelt in Schranken zu halten. Höchste Zeit also, dass wir Menschen aktiv werden. Denn der Klimawandel betrifft uns alle. Aus diesem Grund wurden die Maßnahmen zum Klimaschutz im September 2015 von den Vereinten Nationen als festes UN-Nachhaltigkeitsziel in ihrer Agenda verankert. Das gemeinsame Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad zu begrenzen. Dies erfordert grundlegende Umstellungen in allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Politik, Wirtschaft und Konsumenten müssen zusammen an einem Strang ziehen, um dem Klimawandel zu begegnen. Mit dem Klimaschutzgesetz hat sich die Regierung deshalb verpflichtet, bis 2030 die Emissionen von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Bis zum Jahr 2050 verfolgt Deutschland sogar das Ziel der Treibhausgasneutralität. Dafür sollen fossile Energieträger zunehmend durch erneuerbare Energien wie Wind, Wasser oder Solar ersetzt und effizient verwendet werden. Dies gilt sowohl für die Industrie als auch für Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Um diesen Strukturwandel zu schaffen, sind allerdings innovative und effiziente Technologien notwendig. Was heute noch ambitioniert scheint, soll künftig also Standard werden. Effiziente Gebäude, die durch Solaranlagen mehr Energie produzieren als sie verbrauchen, eine Mobilität ohne gesundheitsschädliche Abgase, aber auch die bewusste Reduzierung des Fleischkonsums gehören zu den wichtigen Maßnahmen, die sich der Klimaschutz zum Ziel gemacht hat. Es muss aber noch deutlich mehr passieren, damit wir unser Klima wirklich schützen. Wenn Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch jeder einzelne seinen Beitrag zum Klimaschutz leistet, rückt das gemeinsame Ziel allerdings mit jedem Tag näher. Denn Klimaschutz ist keine Glaubensfrage. Klimaschutz ist eine Überlebensfrage der Menschheit. Schreib mir in die Kommentare, was du machst, um zum Klimaschutz beizutragen. clouds-ger Seligen ém Klop estim Her Her